Wenn es gute Nachrichten gäbe, wären Sie nicht hier, nehme ich an. Sie haben leider völlig recht, Ecken. Die Lage wird immer schlechter, von Stunde zu Stunde. Wo haben Sie gesteckt? War eine Patientin, ein kleiner Notfall. Botschafter Oda. Dies ist Gouverneur Leca Trion von Piliasel. Botschafter, danke für Ihr Kommen. Ich kannte Ihren Vater. Dank Ihnen hat uns sofort mehrere Generationen in Frieden gelebt. Ich hoffe Ihnen ebenso.